Hallo ihr Lieben, das ist ein Video darüber, dass wir beim Thema Vertrauen in der Politik, Vertrauen in die Politik, psychologisch einfach nicht realistisch unterwegs sind, oder wir können auch sagen, psychologisch institutionell nicht realistisch unterwegs sind. Das heißt, wir sind mit einem System unterwegs, das ungefähr so funktioniert, wir wählen die Leute doch und dann gibt es ja doch so ein rechtvertragtes Institutionen-Setting mit verschiedenen Kontrollmechanismen und dann muss es doch so sein, dass man der Politik vertrauen kann. Und wie sich in verschiedenen Krisen und gerade also Entscheidungen, die also massiv auf den Alltag durchschlagen, die massive Folgen, auch sehr verschiedene Folgen für sehr verschiedene Menschen haben, sich zeigt, ist dieser Mechanismus, mit dem wir da unterwegs sind und diese Mechanismen einfach nicht realistisch. Sie sind also nicht hinreichend dafür, dass wir Vertrauen in die Politik haben können und das unabhängig davon, wer wir zufällig sind und was wir zufällig meinen und denken, es ist sozusagen auf einer Systemlevel nicht funktional gelöst. Es gibt ein Vertrauensproblem und dieses Vertrauensproblem hat viel damit zu tun, dass wir halt in einer entkoppelten Großgesellschaft leben, wo gefühlt diejenigen, die Politik machen, sehr weit weg sind, mit uns ja auch nicht persönlich bekannt sind, wir mit ihnen nicht persönlich bekannt sind, aber wir sollen vertrauen. Und das ist bei einer so sozialen Spezies wie dem Menschen eben nicht erwartbar. In der Realität des menschlichen Zusammenlebens entsteht Vertrauen aus unmittelbarem Kenntnis, aus konstant guten Interaktionserfahrungen. Interaktionserfahrungen, Interaktion heißt nicht, ich habe von dem Typen im Internet gelesen, was er mal wieder gemacht hat. Das ist nicht Interaktion, das ist vielleicht Information, aber nicht Interaktion und Vertrauen kommt nicht aus Information, sondern aus Interaktion. Und diese, wenn man das so nennen will, interaktionale Dimension von Vertrauen bei Menschen würdigen wir einfach überhaupt gar nicht. Wir haben also ein System geschaffen, in dem Vertrauen, in dem wir nicht erwarten können, dass Vertrauen, belastbares Vertrauen überhaupt entstehen kann, erwarten es aber einfach trotzdem. Oft mit Blick auf, ja, wir haben ja doch gute Absichten, das muss doch klar sein. Aber gute Absichten helfen nicht, um Vertrauen aufzubauen. Wir brauchen Interaktionserfahrungen. Und das wird auch nicht gelöst durch das immer wieder gern genutzte Format der Bürgerdialoge, die ja eigentlich Marketingveranstaltungen sind für gewählte Politiker. Also die Lösung ist nicht besseres Marketing oder wir müssen besser kommunizieren. Das ist nicht das, was Vertrauen herstellt in dem einer teilentkoppelten Großgesellschaft. Das, was Vertrauen herstellt, paradoxerweise ist Kontrolle oder nennen wir es anders wirksamen Einfluss. In einem System, in dem wir faktisch kaum Kontrolle über unsere gewählten Politiker haben, ja, und wir erleben das auch gar nicht als Einzelne, dass wir Kontrolle haben, also so sage ich, wenn ich das sage, psychologisch gesehen ist es für uns so, die Politiker drehen frei. Ja, mit mir hat das alles nichts zu tun, die Politiker machen irgendwas, ich habe keinerlei Einfluss darauf, ich habe keine Kontrolle darauf, dann habe ich auch kein Vertrauen. Und das kann man niemandem vorwerfen. Das kann man weder den Politikern vorwerfen, noch uns vorwerfen. Es ist ein Systemeffekt. Da stimmt dazwischen was nicht. Da stimmt die Art, wie wir das politische System gebaut haben, einfach nicht, weil wir sozusagen keinen durchschlagenden Zugriff auf unsere Politiker haben, sodass wir ihnen überhaupt vertrauen können. Also, These dieses Videos ist, Vertrauen kann so gar nicht entstehen. Und das ist nicht der individuelle Fehler von irgendwem. Weder von denen, die vertrauen sollen, noch von denen, die Vertrauen erzeugen können sollen, denn das können sie nicht und wir können auch nicht vertrauen. Keiner kann vertrauen, Vertrauen kann so nicht entstehen. Das ist ein Baufehler, der im Grunde eins nicht wahrhaben will, nämlich wie Menschen psychologisch funktionieren. Das heißt, unser politisches System ist psychologisch unrealistisch gebaut oder, wie ich eher sagen würde, anthropologisch unrealistisch gebaut. Es erkennt nicht an, wie Menschen wirklich sind. Es ist sozusagen am Menschen vorbeigebaut, an den psychischen Mechanismen oder generell menschlichen Mechanismen vorbeigebaut. Es ist also, wenn wir es noch härter formulieren, ein unmenschliches System, in dem Sinne unmenschlich, dass es den Menschen gar nicht würdigt, wie er wirklich ist und wie er wirklich funktioniert. Wie kann das besser werden? Es gibt einen Schritt, der da wirklich helfen kann und es ist wahrscheinlich wirklich der Einzige, der da wirklich helfen kann, der für viele wahrscheinlich im ersten Schritt erstmal ein recht harter Schritt ist, aber eigentlich dann allgemeine Erleichterung bringt. Das heißt, selbst diejenigen, die das jetzt im ersten Schritt als relativ hart empfinden, werden, wenn es da ist, es als Erleichterung empfinden. Das ist meine Prognose. Die müssen dann jetzt praktisch mental durch was durch, aber auf der anderen Seite des Tunnels geht es auch ihnen besser. Und dieser Schritt ist, die von uns durch Wahlen bestimmten Berufspolitiker, die in Amt und Würden sind, also die herausragende Ämter haben, tatsächlich einer wirksamen Kontrolle, einer unmittelbaren wirksamen Kontrolle durch die Bürgerschaft als Ganzer zu unterwerfen und das in einer höheren Taktung als alle vier bis fünf Jahre. Und das in einer Form, die weit über das hinausgehen muss, was wir so versuchen, indirekt über Meinungsbefragungen oder so zu leisten. Meinungsbefragungen sind sowieso ein völlig unpolitisches Mittel. Das hat die Neuzeit leider nur noch nicht begriffen, dass dort eben unsere Privatmeinungen abgefragt werden, aber nicht unser politisches Meinen. Das ist keine gute Art, auf Politik Einfluss zu nehmen. Uns mehr zu involvieren ist hingegen eine sehr gute Art, aber das kann nicht über Meinungsbefragungen passieren. Also was ist der Vorschlag? Der Vorschlag ist, über jedem exponierten, gewählten Politiker, der wirklich was zu sagen hat, das heißt sowas wie Ministerpräsidenten, sowas wie die verschiedenen Minister, auch wahrscheinlich schon Bürgermeister, zumindest in nicht ganz kleinen sozialen Einheiten, also vielleicht auch da, weiß ich nicht, aber ab einer bestimmten Größe muss das so sein, dass über jedem gewählt durch wahlbestimmten Berufspolitiker ein gelostes Gremium eingesetzt wird, was nicht die ganze Zeit tagt natürlich, nicht wie ein Parlament oder so, sondern dass durch die Zufallsauswahl bestimmt ist, durch das demokratische Losverfahren und alle drei Monate oder alle sechs Monate zusammentritt, immer wieder neu, nicht die gleichen Leute, alle drei, sechs Monate, sondern immer andere Leute, immer neu ausgelost, sich die Arbeit dieses Berufspolitikers anschaut, also so sind wir mit der Amtsführung einverstanden, wie dieser Mensch sein Amt wahrnimmt und dann, das ist ganz entscheidend und darf auf gar keinen Fall weggelassen werden, das Entlassungsrecht hat. Ohne Entlassungsrecht verkommt auch sowas zu einer Marketingveranstaltung, so wie heute Bürgerdialoge, die rein gar nichts bringen, die keinerlei Vertrauen erwecken. Wie gesagt, es geht hier um eine Lösung für das Vertrauensproblem und die Vertrauenskrise unserer Politik auf Systemlevel. Also sinnvoll ist dieser Vorschlag dann, wenn wir anerkennen, dass wir das politische System an der Möglichkeit zu vertrauen, vorbeigebaut haben. Vertrauen kann so nicht entstehen. Solange wir das nicht wahrhaben wollen, werden wir so einen Vorschlag natürlich nicht umarmen wollen, weil wir dann das Problem verleugnen. Das Problem ist aber da. Und für dieses Problem, wenn wir es anerkennen, gibt es eine Lösung und diese Lösung sieht paradoxerweise so aus, Vertrauen ist gut, sie entsteht durch Kontrolle. Also nicht Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, sondern unter der Bedingung einer entkoppelten, differenzierten Großgesellschaft kann Vertrauen nur noch so entstehen, dass wir reale Kontrolle, realen Einfluss haben. Und das heißt wirksamen Einfluss, deswegen das Entlassungsrecht. Entlassungsrecht. Und was passiert, wenn jetzt ein gelostes Bürgergremium ein geloster Bürgerkonvent irgendeinen Politiker entlassen hat? Sagen wir den Gesundheitsminister. Also den letzten geloste Bürgerkonvent hat er überzeugen können, aber jetzt tritt er nach drei Monaten nochmal neu zusammen, schaut sich die Arbeit dieses Gesundheitsministers an und dann sagt dieses geloste, aus zufälligen Bürgern zusammengesetzte Gremium, nein, der derzeitige Gesundheitsminister auf Bundesebene darf nicht weitermachen. Ja, angenommen. Was passiert dann? Dann wird neu gewählt. Und das ist dann eine Personenwahl. Parteien können Kandidaten aufstellen, wenn sie wollen. Es können auch Einzelne eintreten, sich zur Wahl stellen, auch ohne Partei. Also jeder kann zur Wahl gestellt werden, der will. Und dann wird gewählt. Und Parteien können Kandidaten aufstellen, aber was wir wählen, sind Personen. Das heißt, wir besetzen zum Beispiel das Amt des Gesundheitsministers neu, weil ein geloster Bürgerkonvent, ein gelostes Bürgergremium gesagt hat, den wollen wir nicht neu haben. Wir können auch überlegen, ob derjenige, der gerade entlassen wurde, auch neu antreten kann oder ob wir das ausschließen wollen. Wenn du gerade entlassen worden bist, dann bei dieser nächsten Wahl unmittelbar nicht, vielleicht bei der übernächsten oder vielleicht auch nie mehr. Das kann man so oder so bauen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Dieses Modell, es so zu machen, ist relativ nah dran an dem, wie die antike Demokratie in Athen funktioniert hat. Es ist nicht genau das gleiche Modell, aber es ist ziemlich nah dran. Warum? Auch dort hat man exponierte Eheämter gewählt. In der Regel wurden sie dann besetzt aus der Oberschicht, aus der Aristokratenklasse. Also die gewählten Politiker waren fast nahezu alles Aristokraten. Das war aber nicht schlimm. Es war trotzdem eine Demokratie. Warum? Weil diese Aristokraten demokratischer Kontrolle unterworfen waren in der Form geloster Gremien. Damals waren das hauptsächlich die Volksgerichte, die sich dann die Amtsführungen im Ex-Post im Nachhinein angeschaut haben. Das Modell, was ich vorschlage, ist, glaube ich, unserer Zeit gemäßer, auch unmittelbarer und etwas freundlicher. Die Griechen waren da nicht sonderlich Kinder von Traurigkeit, die waren da relativ brutal. Wir müssen nicht so brutal sein. Aber unmittelbare Kontrolle braucht es, damit Vertrauen entstehen kann. Das heißt, du und ich sind immer mal wieder auf irgendeinem gelosten Bürgergremium, wo wir die Amtsführung irgendeines gewählten von uns gewählten Politikers uns anschauen. Und das machen wir so extensiv, so in der Breite, so regelmäßig, dass eine generelle Politisierung der Gesellschaft passiert. Das heißt, wir alle haben Einfluss, wir alle erleben Einfluss, wir alle erleben wirksamen Einfluss und das erzeugt Vertrauen in die Politik, dass wir Einfluss haben, dass wir erleben, dass wir Einfluss haben. Und solange wir das nicht erleben, sondern wir wählen halt, und das ist eigentlich, wenn ich jetzt brutal bin, eigentlich ein erlebter Kontrollverlust. Ja, seine Stimme abzugeben, ist eigentlich ein Kontrollverlust. Das ist keine Kontrolle, sondern du gibst das ja ab und danach hast du keine Kontrolle mehr. Du hast irgendwas gewählt, irgendeine Partei, dann kommt auf eine recht komplizierte Weise irgendeine Koalition zustande. In dieser Koalition wird dann irgendwie ausgeklüngelt, wer kriegt welches Ministeramt und dann machen die irgendwelche Politik. Das ist nicht das Erleben von Kontrolle. Du hast überhaupt keinen Einfluss auf die Politik und wenn du keinen Einfluss hast, hast du auch kein Vertrauen. So ist das halt bei uns Menschen. Und das wollen wir nicht anerkennen. Und das heißt, die Vertrauenskrise unserer Politik ist lösbar, aber sie ist nicht mit den Mitteln des Systems lösbar, die wir halt derzeit gemeinsam betreiben, mit denen wir derzeit gemeinsam unterwegs sind. Wenn wir Vertrauen in die Politik haben können wollen, müssen wir das System ändern. Und zwar in Richtung mehr Demokratie, qualitativ besserer Demokratie und das heißt einer sehr viel stärkeren und vor allem unmittelbareren Involvierung aller Bürgerinnen und Bürger in die Politik. Und das ist leistbar über das demokratische Losverfahren, das heißt so, wie es die ursprüngliche Demokratie in Athen gemacht hat. Es ist sozusagen eine Rückbesinnung auf die Wurzeln der Demokratie und die Gründe, warum die Griechen das so gemacht haben, nämlich ganz anders als wir. Und da wird häufig argumentiert, ja, das waren ja kleinere Gesellschaften, da ging das noch. Nein, das geht auch bei uns, wir machen es halt nicht. Ich würde sogar ganz im Gegenteil argumentieren wollen. Ich würde sagen, umso größer die Gesellschaft, das heißt umso entkoppelter, umso mehr braucht sie solche Mechanismen. Es ist eben kein Zufall, dass in einer der größten Pollays flächenmäßig und zahlenmäßig eine solche Demokratie entstanden ist. Es besteht ein Zusammenhang zwischen Gesellschaftsgröße und Demokratiebedarf. Und umso mehr Gesellschaftsgröße, umso größer ist der Demokratiebedarf. Die Demokratie in der Antike ist nicht in den kleinen Pollays entstanden, sondern in der größten, mit der größten, in Attica. Wir leben in sehr, 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 sehr großen, sehr, sehr, sehr entkoppelten Gesellschaften, wo Vertrauen nur noch durch ein krasses Ausmaß an allgemeiner Politisierung, das heißt an Demokratisierung, überhaupt noch entstehen kann. Wenn wir nicht demokratisieren konsequent, wenn wir die Gesellschaft nicht politisieren konsequent, regelhaft, verfassungsmäßig, wird nie wieder Vertrauen in die Politik entstehen können. Und das wollen wir nicht wahrhaben, weil wir nicht wahrhaben wollen, wie der Mensch psychologisch funktioniert. Ja, wir sagen einfach, da soll aber Vertrauen sein. Ja, ist aber halt kein Star. Vertrauen so gesehen ist auch ein Naturfaktor. Ja, ist eine natürliche Größe. Ja, eine Größe, die Naturgesetzen unterworfen ist. Also Mechanismen, die man erkennen kann und die man würdigen kann. Wenn man diese Mechanismen nicht würdigt, wie entsteht Vertrauen in der Realität, sondern halt träumt von Vertrauen, ja, in einer Art Romantisierung des Menschen, dann darfst du dich nicht wundern über die Effekte. Ja, dann brauchst du dich nicht beklagen über Vertrauensverlust und die Krise und bla, bla, bla. Ja, du hast halt die Institutionen nicht realistisch gebaut. Dann was erwartest du? Ja, so. Und so sind wir unterwegs. Wir haben kein realistisches politisches System. Nicht, wenn wir betrachten, wie der Mensch psychologisch funktioniert. Wir brauchen Einfluss. Wir brauchen unmittelbaren Einfluss. Wir brauchen das Erleben von Einfluss und das bei allen. Und dann entsteht Vertrauen. Das heißt, auch sehr große, sehr differenzierte, sehr komplexe Gesellschaften können sich Vertrauen letztlich in sich selbst erarbeiten, aber sie müssen sich das auch erarbeiten. Wenn diese Arbeit, die eigentlich politische Arbeit, nicht stattfindet, gibt es halt kein Vertrauen. Und genau so leben wir. Ohne Vertrauen ineinander. Weil das Vertrauen eben nicht von alleine entsteht. Und naja, wenn wir halt so unterwegs sind, sorry für das Telefon im Hintergrund, wenn wir halt so unterwegs sind, dann ist es, dann muss man uns echt fragen, warum machen wir weiter so? Offensichtlich ist Vertrauen ziemlich wichtig in der Politik. Gerade wenn du Entscheidungen triffst, die also einiges an Wirkung haben auf uns alle, die auf unseren Alltag einschneidenden Einfluss haben, auf unsere Lebensführung, auf unsere Lebensmöglichkeiten, dann ist es eben so, dass wir so, wie wir derzeit unterwegs sind, nicht weitermachen können. Ja? Weil es fehlt die Basis, es fehlt das Vertrauen. Wir wünschen uns Vertrauen, wir hoffen, dass es Vertrauen gibt, aber wir stellen es nicht her. Und der realistische Standpunkt beim Thema Vertrauen in die Politik, Vertrauen in der Politik ist, wir müssen das Vertrauen überhaupt erst herstellen. Und das Beste, was dem derzeitigen Politiksystem dazu einfällt, ist, wir müssen unsere Politik besser verkaufen. Wir müssen besser kommunizieren. Nein, das ist nicht das Problem. Wir müssen nicht besseres Marketing machen. Was es braucht ist, dass ihr euch der Kontrolle unter der Bürger unterstellt. Wir brauchen Kontrolle über euch. Wenn ihr uns das nicht gebt, werden wir euch nie wieder vertrauen. Und das sage ich nicht als, weil ich mir das so wünsche oder so, das sage ich als realistische Prognose, als Einschätzung, als sachliche, analytische Einschätzung. Das, mit Blick auf das, wie entsteht eigentlich Vertrauen bei Menschen. Nehmen wir mal unseren Alltag zum Vergleich. Da haben wir diese Nahverhältnisse mit sehr starker informeller sozialer Kontrolle. Also in der Familie, im Team, können wir aufeinander Einfluss nehmen. Und so entsteht Vertrauen. Wenn wir in diesen unmittelbaren Interaktionserfahrungen, was weiß ich, auch vielleicht in der Nachbarschaft oder im Verein oder eben in der Familie oder in der beruflichen Tätigkeit im Team, wenn wir dort konstant gute Erfahrungen machen, dann haben wir Vertrauen. Aufgrund der guten Interaktionserfahrungen. Diese Interaktionserfahrungen haben wir nicht mit unseren Politikern und können wir auch mit ihnen gar nicht haben. Die immer wieder neu genutzten Bürgerdialoge sind ein Witz. Entschuldigung. Das ist ja nicht etwas, wo Vertrauen entstehen kann. Und deswegen gibt es halt nur ein anderes Mittel und dieses Mittel ist, die gewählten Politiker, die von uns gewählten Politiker unserer sehr viel unmittelbareren Kontrolle zu unterwerfen. Und dann können wir ihnen vertrauen, weil wir sie kontrollieren. Aber gemeinsam. Nicht als Einzelne, nicht als Klientelgruppe, nicht als Lobbyismusgruppe, sondern wirklich die Bürgerschaft an sich. Und die Bürgerschaft an sich kann überhaupt nur vertreten werden, wenn wir denn schon über Repräsentanz reden, durch geloste Gremien, durch nichts sonst, durch die Zufallsauswahl. Und wenn wir das halt in der Breite machen, dann ist es irgendwann so, dass es eben keine Repräsentanz mehr ist, sondern es ist die Präsenz der Bürger im Staat. Die Präsenz der Bürger für die Politiker in einer wirksamen Weise, nämlich in einer sie kontrollierenden Weise, weil diese Bürger das Entlassungsrecht haben über sie. Und das ist ein ganz entscheidender Dreh, der auf gar keinen Fall weggelassen werden darf. Also nur gewählte Politiker müssen vierteljährlich oder halbjährlich angeloste Gremien berichten und dann passiert nichts, ist keine Kontrolle. Diese gelosten Gremien müssen das Recht haben, die Politiker zu entlassen. Das ist entscheidend, sonst funktioniert das nicht. Sonst entsteht kein Vertrauen. Und dann können wir uns nochmal fragen, wollen wir weiter ohne Vertrauen gemeinsam unterwegs sein oder wollen wir Vertrauen haben? Weil wenn wir Vertrauen haben wollen, dann brauchen wir das. Und meine Behauptung geht so weit und nicht sonst. Wir brauchen das und nicht sonst, weil nur das uns hilft, Vertrauen haben zu können. Wenn wir nicht losdemokratische Elemente nutzen, in einer Macht bewerten, in einer wirksamen Weise, das ist das Entlassungsrecht, dann wird Vertrauen nicht entstehen. Das ist meine sachliche Prognose. Und das ist dann die Wahl, die wir haben. Entweder wir sind weiter ohne Vertrauen unterwegs, was angesichts der kommenden Krisen fatal ist. Die Politik braucht Vertrauen, kann es aber nicht herstellen, auf die Art und Weise, wie sie es versucht. Bessere Kommunikation. Oder wir schaffen ein System, in dem wir unseren gewählten Politikern, den Menschen in Exekutivämtern, tatsächlich vertrauen können, weil wir sie kontrollieren in einer wirksamen Weise. Das ist die reale Alternative, die wir haben, die institutionelle Alternative. Und wir entscheiden uns konstant für ein System, in dem gar kein Vertrauen entstehen kann. Und wundern uns dann über die Effekte. Ja, da können wir uns noch lange wundern. Die Effekte werden nicht weggehen. Weil es sich letztlich um naturhafte Prozesse geht, auch wenn der Mensch selber involviert ist, weil halt auch der Mensch eine Natur hat. Und auch die menschliche Sozialdynamik hat eine Natur. Das sind naturale Prozesse. Das haben, ich würde sagen, Gesellschaftsdenker und politische Denker in Europa über die Jahrtausende immer wieder erkannt, dass es da Dynamiken und Mechanismen gibt, die sich reproduzieren, die benennbar sind, die erkennbar sind. Wir ignorieren das aber. Wir tun so, als wäre Gesellschaft irgendwie fuzzy. Und da gäbe es keine Regeln. Doch, da gibt es Regeln. Man kann sie benennen. Und eine der Regeln ist, wenn du es so machst wie wir, entsteht kein Vertrauen und kann auch gar kein Vertrauen entstehen. Dagegen, wenn du allen Bürgern Wirksames erleben, Erleben eigener politischer Wirksamkeit, von Entscheidungen, die in der Realität einen Unterschied machen, gibst, das heißt, du machst wirklich Demokratie, dann entsteht Vertrauen. Das ist genauso regelhaft. Und wir ignorieren diese Regeln. Wir ignorieren letztlich die Regeln der Gesellschaft als Naturphänomen. Wir ignorieren die Gesellschaft des Zwischenmenschlichen, der menschlichen Sozialdynamik, wie wir aufeinander wirken und welche Effekte wir beieinander hervorrufen. Wir wollen das alles nicht wahrhaben, wie es aber ist. Letztlich wollen wir sozusagen uns selber nicht wahrhaben. Wir sind gesellschaftlich total unrealistisch unterwegs. Wir sind anthropologisch total unrealistisch unterwegs, wenn man unsere Institutionen anschaut. Wie gesagt, unsere Institutionen, die wir jetzt haben, sind am Menschen vorbeigebaut. Mit so Wunschträumen vom Menschen, wie der Mensch sein soll, wie wir glauben, dass der Mensch funktioniert, wie wir wünschen, dass der Mensch funktioniert, wie er aber halt nicht in der Realität funktioniert. Und der Effekt ist, es gibt kein Vertrauen in die Politik. Was angesichts von Krisenphänomenen, wo wir aber gemeinsam kraftvolle Entscheidungen treffen müssen als Gesellschaft, total fatal ist. Wir müssen Vertrauen herstellen, aber wir müssen es halt herstellen. Und von alleine stellt es sich nicht her und so wie wir es derzeit machen, stellt es sich auch nicht her. Und vor allem stellt es sich nicht über bessere Kommunikation unserer politischen Entscheidungen her. Da kannst du doch lange von träumen, das wird nicht passieren. So meine Prognose. Ceterum censio, Isonomiam esse sortiendam. Im Übrigen erkenne ich die Tatsache an, dass die Isonomie, die Politi, die Demokratie gelost werden muss.